Dicke schwarze Rauchwolken Die Druckwagens auf der Autobahn im italienischen Bologna sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen Die Zahl der Verletzten stieg auf mehr als 60 an, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Montagnachmittag berichtete Mehrere Menschen seien schwer verletzt worden Die Druckwell war gewaltig, zitierte Ansa den Einsatzkoordinator der Feuerwehr, Giovanni Carella Der Lastwagen war zunächst in Brand geraten und dann explodiert.Fotos zeigten einen Feuerball Die Explosion setzte eine gefährliche Kettenreaktion in Gang, brennende Trümmerteile setzten andere Autos in der Nähe in Brand, die teilweise auch explodierten Die Explosion hatte sich am Mittag ereignet.Ein Video der Polizei auf Twitter zeigte, dass ein Teil der Autobahnbrücke, auf der der Lastwagen unterwegs war, einstürzte Warum der Lastwagen auf der Autobahn 14 explodierte, war nach Angaben eines Sprechers der Kommune zunächst unklar Laut Feuerwehr und Polizei handelte es sich um einen Tankwagen.Die Autobahn führt auch am Gelände des Flughafens Bologna entlang Dieser war nach Angaben des Betreibers aber nicht betroffen.Auch habe es zunächst keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gegeben Twitter-Nutzer berichteten am Montag über eine riesige Explosion in der Nähe von Bologna, Italien Auf den Fotos ist ein Feuerball und eine Rauchwolke zu sehen.Die Ursache für die gewaltige Explosion war anfangs noch unklar Offenbar war ein Tanklaster bei einem Verkehrsunfall auf einer Umgehungsstraße in der Nähe des Flughafens am Montag gegen Mittag explodiert Die italienische Polizei bestätigte zunächst via Twitter eine Explosion in Bologna Ursache, sei nach ersten Erkenntnissen der Polizei, ein Autounfall gewesen.Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer den Bereich auf der Autobahn zu meiden und weiträumig zu umfahren Der Flughafen Bologna ist nach eigenen Angaben nicht betroffen.Die Explosion habe keine Auswirkungen auf Starts oder Landungen, teilte der Betreiber via Twitter mit Nach Medienberichten sind Feuerwehrmänner und Rettungskräfte vor Ort.Auch ein Hubschrauber soll im Einsatz sein Es soll Verletze gegeben haben.Wie die italienische Nachrichtenseite Bologna.Republica It berichtet, habe sich der Zwischenfall auf der Strecke zwischen Borgo und Casalecchio ereignet Der Verkehr wurde in beide Richtungen gesperrt.Nach der Explosion hat das Feuer offenbar auf einen angrenzenden Parkplatz übergegriffen Auf einem Twitter-Video auszusehen, wie die Flammen sich auf angrenzende Gebäude ausbreiten